Und damit sind wir beim Thema Glaubenssätze. Wir sind die Schöpfer unseres Lebens. Du bist der Schöpfer, die Schöpferin deines Lebens. Immer wenn du denkst, schaffst du, schöpfst du etwas, erschaffst du etwas. Wenn du fühlst, erschaffst du etwas. Wenn du sprichst, redest, erschaffst du etwas. Und wenn du etwas tust, bist du Schöpfer. Bei diesen vier Dingen. Immer. Und dann gibt es zwei ganz wichtige Glaubenssätze. Und diese beiden vielleicht wichtigsten Glaubenssätze überhaupt, die du haben kannst. Überleg mal, welche das sein könnten, dann sage ich dir meine. Was du über dich selber denkst. Und der zweite ganz wichtige Glaubenssatz, was du über die Welt denkst. Wenn ich zum Beispiel Positionierung sage und sage, ich habe dadurch ein tolles Leben und viele, viele Menschen, die ich gecoacht habe, haben dadurch ein gewaltiges, tolles Leben. Übrigens, einige haben ein wesentlich größeres Leben als ich. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn die Schüler den Coach übertreffen, ist der Coach gut. Kann ich super mitnehmen. Hat damit zu tun, was wir über uns selber denken? Kann ich sowas auch? Glaubenssatz. Und ist das in der Welt überhaupt möglich, was wir also über die Welt denken? Okay, sprechen wir über Verantwortung, weil ob du sagst, ich denke über mich, dass ich das kann oder ich kann das nicht. Und ob du sagst, die Welt ist so, dass ich das kann oder dass es nicht geht, hat mit Verantwortung zu tun. Und wenn ich das nicht geht, kann ich das nicht.